Sie hören von Queen, Don't Stop Me Now, von Georg Friedrich Händel, den die meisten Engländer ja für einen englischen Komponisten halten, von Paul McCartney, Live and Die, und von William Gordon, den Crown Imperial March. Die Firma Classic Fireworks besteht seit über 40 Jahren. Der künstlerische Direktor Leon Hutchinson, Sie haben ihn vorhin kurz auf der Bühne gesehen, gilt als einer der besten Pyrotechniker der Welt. Seit acht Jahren arbeiten Sie mit dem Thornmaus Orchestra zusammen. 2005 wurde Classic Fireworks nach China in das Mutterland des Feuerwerks eingeladen, um dort die Feierlichkeiten des chinesischen Neujahrsfestes zu zelebrieren. Von 2005 bis 2009 schoss Classic Fireworks auf einer Strecke von 750 Metern in London aus 30 Positionen anlässlich des Christmas Light Switch On in der Region Street ihre Feuerwerke. Genug der Information, wir freuen uns auf Classic Fireworks aus Großbritannien. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.